Ich mache das Homeworkout von Cristiano Ronaldo, einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Wir beginnen mit 20 Ausfallschritten, danach seitliche Squats mit einem Sprung dazwischen, hier 10 Wiederholungen. Danach kommen 20 Liegestütze, gefolgt von Hackenschlagen für die Bauchmuskulatur zusammen mit Trunches, jeweils 10 Wiederholungen. Danach eine Übung für den Puppes, gefolgt von Squats, 20 Wiederholungen. Dann geht es in den Plank, jeweils die Brust berühren, in der Position bleiben wir und dann gibt es Kicks nach vorne. Dort auch jeweils 10 Wiederholungen und als letztes wird nochmal der Rücken trainiert, auch hier 10 Wiederholungen. Diese Abfolge macht er dann 5 mal. Welches Training soll ich als nächstes machen?